Bro, danke für die 26 Euro Top-Donation, Flo. Kuss aufs Auge, Bruder. Äh, ich weiß nicht so ganz, ob ich Bock hab, den täglichen Cringe-Bedarf zu decken. Oh, nee. Oh, nee, dicker. Oh, weiß ich nicht, wollen wir jetzt German Cringe-Tik-Toks gucken, Alter? Oh, Bruder. Dicker, das ist einfach eine Mischung zwischen Danny und Fabo, der Typ. Bin ich gut und böse? Ja, ich bin 100% böse. Haha, ich bin so böse zu euch. Ich bin 100% böse, zu 0% gut. Okay, okay. Bruder, einfach weibliche Danny, ey. Was bin ich für Aram? Das kenn ich schon. Ich bin Aram, ey, da. Jo, Aram, ey, da. Bruder, Aram. Actually banger. Das ist eigentlich lustig, das ist nicht Cringe. Das ist eigentlich ein gutes... Das ist auch das beste TikTok, was ich erzähle. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man sagen. Dicker, nee. Susi, was lest du da hoch, Alter? Damn, son, where'd you find this? Oh, mein Gott. Bro, wisst ihr, was wirklich cringe ist an diesem Video? Nicht, dass die Leute Spaß haben, sich irgendwie vor der Kamera zu bewegen, auch wenn es weird aus sieht. Was wirklich cringe ist, ist, dass man in 2020 noch nicht wirklich lip-sinken kann. Dicker, das ist so einfach, einen Song mitzusingen. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Karina, was kann ich für Sie tun? Oh mein Gott, das ist mein neuer Ampel. Sie heißt, probiert fest. Oh mein Gott. Stopp, sie dürfen hier nicht lange gehen. Oh mein Gott. Stopp. Bro, wer ist der Guy? Hat der einen YouTube-Channel oder so? Ich wollte, ich, ich wollte mir mal so ein komplettes Video von dem reinziehen. Wie viel ist dein Outfit wert, bitch? Ach, wait, wait, machen die nur auf TikTok-Videos? Damn, son, where'd you find this? Nee. Das ist ja eigentlich noch mehr weird, Sham, dude. Diese Straße und Fragen sind schon allgemein super weird. Oh Gott. Wie viel ist dein Outfit wert, bitch? Mehr als deins, bitch, but don't try me. Wie viel ist dein Outfit wert, bitch? 100 Millionen Euro, bitch. Oh mein Gott. Ratatata. Wie viele Ex-Freunde hast du, girl? Ein, girl. Nur ein? Ja. Oh mein Gott, wie süß. Wie viele Ex-Freunde hast du, girl? 26, bitch. Wie alt bist du, bitch? 15. Wie viele Ex-Freunde hast du, girl? Du, was ist das? Was ist Ex-Freunde hast du, girl? Was ist Ex-Freunde? Bitch. Oh mein Gott. Kiss or slap, bitch. Ratatata, bitch, slap. Bitch, kiss or slap? Ähm, kiss. Okay. Sie hat nicht geküsst, ne? Hast du geküsst? Nein. Ja. Wie viele Ex-Freunde... Dicke, was ist das? Wie viele Ex-Freunde hast du, baby, girl? Mit dieser Jacke traut sich keiner, mir fremd zu gehen, bitch. Nee, mit diesem T-Shirt von Philipp Klein traut sich überhaupt niemand, mit dir irgendwie zu reden, alter. Oh, baby, komm doch her zu mir. Es ist mega... Mein Vater, Alba. Wenn mein Vater TikTok hätte. Wenn mein Vater TikTok hätte. Heute mach ich einen Mann aus dir. Dann bekommst du, was du willst. Machen wir's gleich nochmal, weil mein Gummibär-Hunger-Gebien noch nicht gestülpt werden muss. Dicke, Manuel. Ich krieg die Krise, ich krieg die Krise. Same, Dicke, wie kann man denn diese zwei Gummibärchen da nicht einsammeln, du Knecht? Alter, ich krieg die Krise, fucking zwei Gummibärchen. Wie so mitten im Rage dieses Video ändert. Dicke. Bitte, 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 mach das aus, bekommst du auch fünf Subs. Vater, es tut mir leid, ich liebe Cringe. Ich krieg die Krise, ich krieg die Krise, halt, ich krieg die Krise, fucking Psycho. Welche Pizza bin ich, mach schauen, und... Pizza Salami, okay, das ist gut, lecker. Bitte, Witz. Geil. Ich schäme mich so, die Witze zu sehen. Dicke, das ist echt lustig, Alter, das ist nicht Grischt, das ist echt lustig. Dicke, das ist so random, einfach. Pizza Salami, okay, das ist gut, lecker. Dieser Abspann macht einfach alles lustiger, ich schwöre. Achtung, das ist ein Überfall, das ist ein Überfall. Give me the money raus from the Kasse. Give me the money schnell raus from the Kasse. Auch kleine Geld nehme ich auch, kleine Geld, Klimpergeld auch, Klimpergeld. Maurice, warum hast du so deine lange Wurst? Oha, sie hat Movesuit. Dude, das ist doch wild. Wilde Moves, holy shit. Bruder, immer noch bessere Moves, als diese komischen Girls in Hotpants und... ...und Crop Top im Bootshaus, Alter, die da die ganze Zeit am Shufflen sind vor der Bar. ...I like big boys, itty bitty boys, Mississippi boys, inner city boys, I like the pretty boys, with the bow tie. Oh my god, oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend. Dude, das ist ein guter Song, bro. Das ist ein guter Song. Ja, das war ein grauenhaftes Video, Freunde, wie erwartet, dude. Holy shit, ich möchte mich gerne löschen.